yo leute double piece nein es ist nicht asynchron ich habe es gerade einfach nur asynchron aufgesprochen ist auch egal ich bin hier gerade auf einem berg mit einem lift hochgefahren hier irgendwo in österreich ja österreich sind wir jetzt hier tatsächlich schon in vier gehegen habe ich auch den ks freak gesucht hat was das war nur ein spaß und ich genieße einfach gerade so ein bisschen die natur und das mega nice sind ja so diesen riesen berg also ich bin ja so diesen berg hochgelaufen runter gelaufen und essen und mega krass es ist so übertrieben anstrengend für so einen für so einen städtler wie mich wo wirklich keine berge sind für diese berge hier hoch zu laufen dass ihr seht das auch hier ist es wieder ist kein gel oder gerade geduscht oder sowas ist einfach nur nass das ist krass aber guckt euch einfach diese guckt euch diese aussicht an guckt es euch an verdammt normal das sieht so das sieht so mega geil und unreal aus einfach dieser blick ich weiß nicht ob die handykamera das jetzt sieht einfach mega nice aus oder naja kommt noch mal zurück spinne alter kommen wir einfach zu viel und schreiben wir hier in die kamera eine richtige penner so scheiße da kommt jetzt auch schon der nächste lift den muss ich jetzt nehmen deswegen werde ich jetzt hier auch loslaufen ich wollte euch noch mal so ein kurzes update geben sieht einfach mega schön aus ich genieße gerade das leben ich komme gerade wieder richtig in touren mein körper wird richtig ausgelastet verdammt normal ich als pcg als intensiv rtl pcg muss einfach sagen ich genieße das gerade hier einfach in der natur unterwegs zu sein ich danke euch dafür dass ihr mir das auch zum teil natürlich ermöglicht habt dass ich jetzt hier einfach frei ja frei so zur ferienzeit von kittys sind auch hier rumlaufen kann wissen was ich meine ach ja egal dass ich jedenfalls danke grüße gehen raus an alle homi sicher gerade noch sitzen und ich werde jetzt euch mit der sicht dahinten verlassen